2012 wünsche ich mir, dass wir noch mehr riesige Pub-Checks von Unternehmen durch transparente und interaktive Lösungen ersetzen. Meine guten Vorsätze für 2012 ist es nicht mehr den letzten Kaffee zu trinken und wenn, neuen Kaffee zu machen und die fiesen Kickerbälle von Mo beim Kickern zu halten. 2012 möchte ich Better Place auf der aktuelle Seite der Bild-Zeitung sehen. 2012 möchte ich mit dem ganzen Büro baden gehen. Ich habe zwei gute Vorsätze für 2012. Der erste Vorsatz ist mehr Sport, zum Beispiel Sportanlage, Sport und Bewegung hin zum Sport und der zweite Vorsatz ist weniger rauchen und das macht man am besten zum Beispiel, indem man seine Biogasanlage unterstützt. Dann rauchen nämlich nicht mehr so viel Schlote da unten. 2012 wünsche ich mir, dass Better Place sich an die Müllregeln hält und deswegen werde ich auch noch mal vorbeikommen und das darüber prüfen. Mein guter Vorsatz für 2012 ist, dass wir das ganze Feedback, was wir zu den neuen Projektseiten bekommen haben, versuchen auch in die Tat umzusetzen, sodass die Seiten noch ein bisschen schöner werden, noch besser funktionieren und noch mehr Projekte viele Spender finden. We're gonna make the website even shinier than it already is. Da ich gerade erst bei Better Place angefangen habe, wünsche ich mir für 2012 viel Neues dazu zu lernen und was Positives damit leisten zu können. Ich habe mir für 2012 vorgenommen, unsere Beiräte und Förderer und Freunde noch besser über die Neuigkeiten zu informieren, die es bei uns gibt. Ich wünsche mir für 2012, dass noch mehr Unternehmen von der Corporate Social Revolution hören. El año que viene tenemos preparado nuevas Sorpresas para Better Place. Okay, wir von Better Place Lab, wir wünschen uns für 2012 für die Plattform, dass wir ein ganz tolles Besucherkonzept entwickeln und ganz viele Menschen davon begeistern können, dass sie Better Place Projekte in der ganzen Welt besuchen können. Und dafür müssten wir dann notgedrungen eine kleine Testreise machen, aber das würden wir auf uns nehmen, diese Last. Und wir würden sie auch noch für ein paar andere Mitreisen öffnen. Also ich werde leider Ende Jahres bei Better Place aufhören, aber ich werde von Januar bis März in Südamerika sein und da Better Place Projekte besuchen und die dann auch bewerten und das könnte dann das Pilotprojekt für das Besucher sein.